Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sollten dem König Bericht erstatten und das werden wir auch tun. Wie immer finden wir ihn in der örtlichen Kneipe. Die Frage ist nur, ist er oben oder unten? Er ist unten. Und mein Champion kehrt zurück und ist immer noch am Leben. Und der Großteil ihrer wichtigsten Körperteile ist ebenfalls noch unversehrt. Meine Schildweiber schulden mir was. Ich hatte ihnen geraten, nicht gegen mich zu wetten. Doch genug davon. Hattet ihr Erfolg? Werden die Clans-Häuptlinge an der Volksversammlung teilnehmen? Die Häuptlinge der Clans haben sich breit erklärt, an der großen Volksversammlung teilzunehmen. Perfekt! Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen, meine Freundin. Dieser Volksversammlung wird man sich als Wendepunkt in der Geschichte Vrottkas erinnern. Als jenen Tag, an dem die Clans unter der Herrschaft eines starken und visionären Königs vereint wurden. Nun bricht ein neues, goldenes Zeitalter für die Orzima an. Was wird jetzt geschehen? Jetzt? Nun, wir bereiten uns natürlich auf die Volksversammlung vor. Es wird voll! Clans-Häuptlinge aus den entlegensten Winkeln Vrottkas kommen zusammen, um sich endlich meiner Vision für die Zukunft anzuschließen. So wird ein neues Königreich geboren. Zu schade, dass Basrak das verpasst. Häuptling Basrak kommt nicht zur Volksversammlung? Macht euch wegen Basrak keine Sorgen. Er wurde seit dem Angriff auf den Tempel nicht mehr gesehen. Er hat sich wahrscheinlich in ein so tiefes Loch verkrochen oder ist so weit weggelaufen, dass wir diesen Verräter niemals wiedersehen werden. Ihr scheint wegen Häuptling Basrak nicht allzu besorgt zu sein. Warum sollte ich? Ihr macht euch ja schon genug Sorgen für uns beide. Mal im Ernst, ihr seid schlimmer als meine Schildweiber. Trinkt was. Sauft gleich das ganze Festchen, wenn ihr wollt. Und nehmt das für eure geleisteten Dienste. Jetzt brauchen wir uns nur noch zurückzulehnen und abzuwarten. Na, ob das so einfach wird, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Im Moment ist hier kein neuer Questgeber zu sehen. Ich geh mal raus. Ah. Ich habe schon in der ganzen Stadt nach euch gesucht. Hi, Evely. Ich hatte es ungemein schwer, euch zu finden. Ich habe die ganze Stadt abgesucht und mich dabei sogar ein-, zweimal verlaufen. Ich habe allerdings eine reizende Konditorei entdeckt. Sie hatten diese wundervollen kleinen Küchlein, die so richtig lecker waren. Wer hätte gedacht, dass Orkkuchen so gut schmecken? Wollt ihr etwas Bestimmtes? Gleich zum Geschäftlichen, was? Nicht mal ein Hallo, schön euch zu sehen? Na schön, na schön. Sei es drum. Hohepriesterin Solgra braucht unsere Hilfe. Sie möchte, dass wir dabei zusammenarbeiten. Sobald ihr kurz Zeit habt, müsst ihr bei ihr vorbeischauen. Hallo, schön dich zu sehen. Habt ihr eine Ahnung, was wir für die Hohepriesterin tun sollen? Es ist eine Rettungsmission. Sie meinte aber, sie würde euch die Einzelheiten lieber von Angesicht zu Angesicht anvertrauen. Schließlich habt ihr ihr das Leben gerettet. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Oh, meine Retterin. Ziehen wir uns in meine Gemächer zurück, damit ich mit euch über die intimen Einzelheiten reden kann. Ich gehe und rede mit Hohepriesterin Solgra. Ganz im Ernst. Solgra möchte das auf keinen Fall an die große Glocke hängen. Sie meinte, die Situation würde Feingefühl benötigen. Sie will vor allem nicht, dass der König davon weiß. Als ich vorschlug, den König um Hilfe zu bitten, beharrte sie darauf, dass dadurch nur noch mehr Leute den Tod finden würden. Nur damit ihr es wisst. König Kurok weiß hier von nichts? Nein, er hat keinen blassen Schimmer. Das macht es ja so aufregend. Das ist eine waschechte Geheimmission. Ich wollte schon immer mal auf eine Geheimmission gehen. Außerdem werdet ihr alles verstehen, sobald ihr mit Solgra gesprochen habt. Sie kann das alles viel besser erklären als ich. Also, Elvili gehört ja immer noch zu meinen absoluten Favoriten hier im Spiel. Wie seid ihr an Hohepriesterin Solgra geraten? Habt ihr mein Geschick mit dem Bogen gesehen? Solgra ist da sicher aufgefallen und sie sagte sich, Das ist aber eine tüchtige Kleine. Sie schießt einen Pfeil durch einen Apfel, der auf dem Rücken eines rennenden Vamasu liegt. Ich sollte sie anwerben. Entweder das, oder sie war so verzweifelt, dass sie jeden genommen hätte. Ich suche euch später auf. Geht und besucht Solgra, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich schaue mal, wie ich da überhaupt hinkomme. Moment. Ich verlaufe mich hier ja auch regelmäßig in dieser super tollen Stadt. Das ist so angezeigt, als wäre das hier oben irgendwo der Eingang. Was er natürlich nicht ist. Ist ja klar. Kann ich da noch irgendwie abkürzen? Irgendwo runterspringen, wo ich nicht direkt tot bin vielleicht? Moment. Ach ja, ich liebe es, wenn ich den richtigen Weg nicht auf Anhieb finde. Müssen wir jetzt tatsächlich da durch? Oder schickt der uns jetzt hier... Achso, der schickt uns hier in den Palast rein. Ah. Das hätten sie auch vorher sagen können. Ja, ja, ich weiß. Es ist natürlich kein Palast. Es ist ein Tempel. Danke, dass ihr meinem Ruf so schnell gefolgt seid. Besonders nach all dem, was ihr schon getan habt, um den König zu unterstützen. Hat Eveli euch erzählt, dass diese Situation etwas Feingefühl erfordert? Ich könnte eure Hilfe wirklich wieder gebrauchen. Eveli sagte etwas über eine Geheimmission. Sie neigt ja durchaus zu Übertreibungen, doch dieser Begriff trifft hier durchaus zu. Ich habe lange mit mir gerungen, bevor ich beschloss, euch beide um Unterstützung zu bitten. Letzten Endes gibt es allerdings niemanden sonst, dem ich in dieser Angelegenheit vertrauen könnte. Verratet mir, wo das Problem liegt, hohe Priesterin Solgra. Ein Schildweib von einem der Clans hat mir einen dringenden Hilferuf geschickt. Anscheinend wurde der Häuptling des Clans als Geisel genommen. Und zwar von einer Gruppe von Fanatikern, die... Wie drücke ich das nur aus? Sie sind Mitglieder einer religiösen Sekte, die sich Trinimag verschrieben hat. Trinimag? Ist er nicht derjenige, den ihr hier anbietet? Ja, doch das ist nicht dasselbe. Die Vosch-Rak sind Trinimag-Extremisten, die die heiligen Lehren zu ihrem eigenen Vorteil auslegen. Sie gewinnen in besorgniserregendem Maße an Macht und Einfluss, wenn sie den gefangenen Häuptling in Trinimags Namen töten. Ja, wird es heißen, ihr seid genauso schlimm wie die Vosch-Rak? Das wird die orkischen Traditionalisten mit einem weiteren Pfeil in ihrem Köcher versorgen. Und sie werden ihn nicht nur gegen uns einsetzen. König Kurok und die Schmiedemutter haben uns unterstützt. Das wird ihrer Sache den Todesstoß versetzen und alle gegen Trinimag und seine Anhänger wenden. Was soll ich tun? Geht zur Fahrrundfestung und trefft euch mit Eveli. Haltet die Vosch-Rak auf und rettet den Häuptling, bevor es zu spät ist. Ich bitte in dieser Sache um eure Verschwiegenheit. Falls der König Wind davon bekommt, wird er eine Armee schicken, was nur zu noch mehr Tod und Zerstörung führt. Ich gehe zur Fahrrundfestung und treffe mich mit Eveli. Zwei Dinge, bevor ihr geht. Erstens solltet ihr auf dem Weg in die Festung Blutvergießen vermeiden. Solange die Vosch-Rak sich sicher fühlen, werden sie ihren Gefangenen nicht sofort etwas antun. Zweitens weiß ich nicht mit Sicherheit, welche Häuptling entführt wurde. Die Nachricht, die mich erreichte, war absichtlich vage gehalten. Könnt ihr mir mehr über die Vosch-Rak erzählen? Nicht viel. Sie sind geheimniskrämerisch und bleiben unter sich. Sie tragen anscheinend Masken, wann immer sie sich versammeln. Und ich habe Gerüchte gehört. Wann bringt sie mit Ärger im Westen in Verbindung? Diese Sekte ist verhältnismäßig neu, soweit ich das verstanden habe. Wie neu ist sie? Nun, sie waren noch nicht hier, als ich in Orsinium ankam. Zumindest war ich mir ihrer Existenz nicht bewusst. Natürlich kümmerten wir uns damals gerade um die Winterkinder. Alles andere wurde daher also als untergeordnete Bedrohung betrachtet. Trotzdem gibt mir ihre wachsende Dreistigkeit zu denken. Warum meint ihr, dass die Vosch-Rak Extremisten sind? Unser Tempel führt die Leute zu Trinimak und stellt ihnen seine Lehren vor, damit sie eine freie Entscheidung treffen können. Die Vosch-Rak andererseits rammen den Leuten Trinimaks Klinge die Kehle hinunter und befehlen ihnen, entweder zu schlucken oder zu sterben. Derlei Gewalt ist nicht Trinimaks Weg. Warum sollten die Vosch-Rak einen Häuptling als Geisel nehmen? Wer kann schon sagen, was in solchen Extremisten vorgeht? Mir wurden ihre endgültigen Ziele nicht anvertraut. Ich würde vermuten, dass sie einen Häuptling ausschalten wollten, der Malakad verehrt, um so eine klare Botschaft zu verbreiten. Ich schätze, es hängt davon ab, welchen Häuptling sie festhalten. Warum wollt ihr, dass ich ein Blutvergießen vermeide? So wie beim Angriff auf den Tempel wollen wir den Geiseln niemand keinen Grund geben, überhastet zu handeln. Je länger sie nichts von unserer Anwesenheit ahnen, desto größer ist die Chance, dass wir den Häuptling finden und befreien können. Außerdem könnten sie noch mehr Geiseln haben. Werden sie den Häuptling töten, wenn sie mich bemerken? Ich glaube nicht, zumindest nicht sofort. Sie halten den Häuptling aus irgendwelchen Gründen am Leben. Ich glaube, sie wollen ein Spektakel daraus machen. Aber die Vosch-Rak handeln immer auf völlig unvorhersehbare Weise. Natürlich wäre es dann um alle anderen Gefangenen geschehen, die sie sonst noch haben. Okay, äh, trefft Evelyn bei der Fahrungsfestung. Da gucken wir mal eben, wo die denn überhaupt ist. Ah, hier oben. Wo ich, ja, noch nicht direkt einen Weg schreien habe. Dann würde ich sagen, mache ich mich mal eben ganz schnell auf zur Festung und wir sehen uns gleich. Tot wieder! So, da sind wir. Und wir sollen ja nicht entdeckt werden, hieß es. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Malakad, ich bete darum, dass die Vosch nicht verloren sind. Waldelfenfeil. Der Pfeil scheint im Stil der Waldelfen gefertigt zu sein. Genau wie die Pfeile, die Evelyn benutzt. Vielleicht ist es eine Art Nachricht. Ja, das wird wohl so sein. Das Problem ist nur, wie kommen wir um die herum, beziehungsweise an denen vorbei, ohne, dass sie das bemerken. Oder oben sind auch welche. Hatte ich jetzt Glück? Hm. Das kann ich gar nicht, oder? Weil hier ist ja überall Festung. Oder komme ich hier hoch? Weil da oben ist nämlich auch ein Waldelfenfeil. Aber das scheint geblockt zu sein, dass man hier absichtlich nicht hoch darf. Mal wieder. Das ist echt nervig. Ja, dann kann ich wohl eher nicht das machen, was man von mir verlangt. Boah. Okay, kann ich doch. Okay, da schreibt der bei allen das Gleiche hin. Wieso bin ich jetzt hier gerade entdeckt worden? Ich weiß es nicht. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Da unten sind welche. Die Frage ist, der läuft hier rum. Wir machen das jetzt mal so, wie es die Story ja erfordert. Also, dass wir ja eigentlich nicht entdeckt werden sollen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen länger dauert, gucken die jetzt. Der guckt hier in die Richtung. Das ist natürlich blöd. Na komm, ihr geht doch bestimmt wieder zurück. Na los, teilt euch wieder. Teilt und herrschet. Das hat gefruchtet. Die Frage ist jetzt nur... Nein, das funktioniert noch. Okay. Er läuft da hin. Da stehen auch schon wieder welche. Hier läuft sogar einer rum. Und wir haben immer noch nicht... Hier kann man so nicht hoch, ne? Die werden uns auf jeden Fall sehen, denke ich mir mal. Guck nach vorne, guck nach vorne, guck nach vorne. So, ich denke, dass wir da hin müssen. Moment. Trefft euch mit Aveli da hinten und tiefer. Hier irgendwo. Hä? Wo soll Aveli denn sein? Sehe ich die erst, wenn ich da bin? Oder kommt die vorher schon? Hm. Ich meine, die wäre irgendwo hier außerhalb. Aber... Tja. Den Pfeilen folgen ist auch nicht so einfach, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Weil ich nicht genau weiß, wo die hin sollen. Also, wo ich dann hin soll. Hier oben sind auch Leute. Ich meinte eigentlich, Aveli wäre irgendwo da hinten gewesen. Aber... Sie hat die Pfeile da auch so hoch gemacht. Ich denke mal, dass ich irgendwo da hinten hoch muss. Oh, warum steht der denn jetzt hier? Habe ich mich jetzt verschrocken. Ich meine, ich würde die jetzt einfach alle platt machen und würde da reinlaufen. Ne, normalerweise. Aber da die ja gesagt haben, wir sollen eigentlich nicht entdeckt werden, möchte ich das natürlich auch ein bisschen spielekonform machen. Wenn der jetzt hier runterläuft, habe ich jetzt gleich ein Problem. Kann der sich mal bewegen? Am besten nach oben? Obwohl das eigentlich egal ist, ne? Ich kann ja auch so hier runterspringen. Äh, nein, du siehst mich nicht. Auch wenn du jetzt gerade so blöd in meine Richtung guckst, du siehst mich nicht. Guck einfach nach vorne. Nein, nach vorne. Häftig, wo kam der denn jetzt her? Oh. Oh, oh, oh. Ich meine nämlich, irgendwo hier oben müsste das gewesen sein. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Wobei, da steht jetzt schon wieder, das soll da hinten tiefer sein. Oh, wie ich das hasse. Wieso kann man das nicht einfach anzeigen, wo die ist? War das hinter dem Haus, wo wir uns treffen sollten? Ich weiß es nicht mehr. Stehen da um welche? Ne. Zack. Äh, Willi, ich bin jetzt schon fast zweimal komplett hier durch. Wo bist du? Oh, das ist doch nervig. Immer noch tiefer. Da sind immer noch Pfeile, aber da waren wir ja schon. Oh. Alter, kann man nicht einfach die Quest normal machen, dass man sagt so, Evoli ist jetzt da, treff mich da. Ich meine, hier ist ja auch nochmal ein Pfeil nach da oben. Da ist er jetzt wieder nach da unten, wobei da unten ist ein Ork. Ich glaube jetzt nicht, dass er da umgesinkt steht. Also die Pfeile gehen eigentlich hier hoch. Ich denke mal, dass die wohl hier hochführen und dann hier rum sollen. Aber wo gehen die dann denn? Dann gehen die zur Mitte. Und dann da hinten hin. Ach, da ist sie. Oh Gott. Ja. Ach, Evoli, ernsthaft. Ihr habt mich gefunden. Ich wusste, dass ihr es schaffen könnt. Hat euch die Spur gefallen, die ich euch hinterlassen habe? Nein. Es war leicht. Verstecken, Pfeil abschießen, weitergehen und von vorn. Und ich konnte mich die ganze Zeit verstecken. Klingt, als wüsstet ihr inzwischen, wie das mit dieser Heldensache so läuft. Na ja, größtenteils. Letztes Mal wurde ich um ein Haar erwischt. Das hat mir vor Angst fast die Blätter vorm Ast geschüttelt, wenn ihr versteht. Ich bin schleunigst hier runter, um mich zu verstecken und auf euch zu warten. Ehrlich gesagt lief das in meinem Kopf alles wesentlich besser. Habt ihr etwas darüber herausgefunden, was hier vor sich geht? Ich habe herausgefunden, dass ein großes Gefängnis Teil dieser Festung sein soll. Aber ich habe keine Ahnung, wo sie es versteckt haben könnten. Nichts hier sieht für mich nach einem Gefängnis aus. Oh, und ich habe noch etwas anderes gehört, während ich meine Pfeile sortierte und auf euch wartete. Was habt ihr denn gehört? Ein paar von den Voschrak haben sich gestritten. Einer von ihnen ist zu diesem Ausblick darüber gestürmt. Er schien mir ziemlich sauer auf den Kult. Aus ihm kriegen wir die genaue Lage des Gefängnisses unter Umständen heraus. Oder er macht die ganze Festung auf uns aufmerksam. Irgendwelche anderen Ideen, wie wir dieses Gefängnis ausfindig machen? Die Kultisten reden. Viel. Unter Umständen können wir sie belauschen und etwas Nützliches aufschnappen. Oder wir können die Gebäude durchsuchen und auf das Beste hoffen. Wie dem auch sei. Teilen wir uns auf. Wir können uns wieder treffen, sobald einer von uns etwas findet. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Falls ihr etwas Nützliches findet, dann trefft mich hinter der großen Halle. Und versucht, keinen Alarm auszulösen. Je länger wir verhindern können, dass die Voschrak unsere Anwesenheit bemerken, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass sie irgendwelche Gefangenen abschlachten. Was denkt ihr über die Voschrak? Jetzt, da ihr es erwähnt. Die Voschrak kam mir für einen wahnsinnigen Kult ziemlich gut ausgerüstet vor. Ich habe selbst Armeen gesehen, die schlechter ausgestattet waren als die. Ihr glaubt, dass eine der Allianzen diese Extremisten ausgerüstet haben könnte? Falls unsere Seite dahinter steckt, dann weiß ich davon nichts. Eure Seite? So sehr es mich auch nach Abenteuern verlangt, habe ich mich doch nie an den bitteren Geschmack des Krieges gewöhnen können. Mein Clan weigerte sich daran teilzunehmen. Außerdem würde ich mich niemals einer Hochelfenkönigin beugen. Was soll ich sagen? Ich stamme eben von Sturköpfen ab. Okay, sucht nach Hinweisen. Wenigstens habe ich jetzt hier Punkte, wo ich hin kann und muss hier nicht die ganze Zeit herumirren wie so eine Bekloppte. So, Moment, wie bin ich denn jetzt eben hier überhaupt durchgelaufen? Also, wir haben einen Punkt da hinten höher. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier hochgelaufen bin. Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier eben, glaube ich, runtergesprungen oder so. Kann das sein? Das können wir nochmal probieren, wenn ich denn jemals wieder auf diesen Felsen hochkomme. Nee, ich bin hier so rumgelaufen, genau. Ach, das war die Sache mit dem... Jetzt kommt er wieder nach ganz unten. Hey, Basti, pssch, komm weg da. Der sieht uns doch. Wo ist der Idiot denn jetzt hin? Hast du mich veräppelt? Ja, dein Ernst jetzt, dass du jetzt da rumstehst? Wahrscheinlich auch wieder eine halbe Stunde oder was? Ei, ei, ei. Aber ich habe ja gesagt, ich würde es mal versuchen, dass wir reinkommen, ohne entdeckt zu werden. Ich meine, ich glaube, da wird sowieso nichts passieren. Ich denke mal, wir können trotzdem die eigentlich kaputt machen. Was ist denn hier mit meinem Fuß los? Ist das normal? Also im Horrorfilm ganz sicher, aber ist das auch so normal? Da sieht es schon ein bisschen anders aus. So, jetzt schleichen wir uns mal wieder hier oben rum. Warten jetzt wieder eine halbe Stunde, bis sie da zu Ende gequatscht haben. Was sie da zu Mittag gegessen haben und überhaupt. So, jetzt mal gucken hier. Sucht nach Hinweisen höher. Ich denke mal, wir müssen wieder zu diesem Teil, was so ein bisschen... Ja, nee, wie eine Schmiede sah es nicht aus, aber war so ein Häuschen, meine ich eben. Ich denke mal, da müssen wir hin. Lala. Komm nochmal vorbei. Schließ ein Auge oder zwei. So. Dann geht es für uns erstmal weiter nach oben. Der steht schon wieder ganz blöd hier in der Ecke. Ne? Findest du auch? Ja, ich auch. Beweg doch mal deinen Hintern. So meinte ich das jetzt nicht. Du sollst hier komplett weggehen. Oh, der unten läuft auch schon wieder rum. Da bin ich eben dazwischen gelaufen, aber erst als der Typ da nicht war. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Typ eben überhaupt da war. So. Jetzt schauen wir mal eben. Was ist mit dem Kerl hier? Der ist im Moment nicht da. Das ist gut. So. Belauscht die Unterhaltung. Die ist aber da drin. Muss ich jetzt da rein? Ah ja. Okay, ich muss da rein. Unterhaltung, Unterhaltung. Ne, hier sind Hinweise. Hier ist keine Unterhaltung. Diese Kiste enthält nichts, was gerade unmittelbar von Interesse wäre. Das ist schlecht. Dann gehen wir wieder raus. Sucht nach Hinweisen, sucht nach Hinweisen. Hier war doch gerade was mit Unterhaltung. Belauscht die Unterhaltung. Ja, wo ist denn die Unterhaltung? Ist die hinter dem Haus? Eigentlich im Haus, oder nicht? Aber da ist ja keiner. Hallo? Keine Ahnung. Ich suche mal lieber nach Hinweisen. Ich glaube, das geht schneller. Äh, Hinweise tiefer, Hinweise irgendwo hier auf der Höhe. Ähm, bin ich in der überhaupt reingekommen? Moment, hier rum. Zappel doch noch mehr. Es ist noch nicht lange her. Hier steht immer noch belauscht die Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob das jetzt dahinter ist. Kommt der natürlich nach vorne. Ähm. Wir haben noch Hinweise da hinten irgendwo. Hinweise höher. Wahrscheinlich die Treppe hoch, oder? So. Oh, jetzt steht der aber ganz, ganz blöd da. Da steht immer noch ganz, ganz blöd da. Nein, du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Siehst du, du hast mich nicht gesehen. Hihihi. Ach, wo sind denn hier Hinweise? Hallöchen. Hier sind keine. Hä? Hier geht es nochmal eine Treppe runter. Ah, wie wunderbar. Hier sind welche. Diese Kiste enthält eine Karte der Verrungfestung. Zu den Markierungen auf der Karte gehört auch eine, die auf einen alten Brunnen hinweist. Neben dem Brunnen hat jemand die Worte gekritzelt. Möglicher Eingang zur unterirdischen Gefängnis. Nur dann, wenn man hinunterfliegen kann. Ha. Okay. Ich würde aber sagen, falls hier unten Ausgang ist, ich gehe trotzdem oben raus. So, trefft euch mit Eveli. Frage ist, wo treffen wir uns mit Eveli? Müssen wir jetzt wieder so einer blöden Spur folgen? Das ist ja ganz nett gemacht, aber es war halt doch ein bisschen kompliziert. Ähm. Da ist keiner. Ist Eveli jetzt da drin? Scheint so, ne? Oder ist Eveli dahinter? Ich bin mal nicht ganz... Ah, ne, sie ist hier hinter, okay. Das Gefängnis ist unterirdisch. Unterirdisch? Wie in einem Verlies oder so? Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass ich mir jetzt eine Schaufel schnappe und losgrabe. Sowas mache ich nicht. Es gibt einen Brunnen, der in das Gefängnis führt. Wir müssen nur einen Weg finden, ihn hinunterzuklettern. Dann muss heute unser Glückstag sein. Wir sind nicht nur der Entdeckung entgangen, sondern ich habe beim Durchsuchen der Kasernen auch noch dieses Seil gefunden. Es sollte lang genug sein, um den Grund des Brunnens zu erreichen. Gute Idee. Legen wir los. Folgt mir. Ich sichere das Seil und lasse es in den Brunnen hinunter. Seid mir bloß vorsichtig da unten. Wer weiß schon, welche Sorte von Monstrosität am Grund eines orkischen Brunnens haust. Woher weiß die jetzt eigentlich, wo der Brunnen ist? Das würde mich eher interessieren. Kommt, zum Brunnen geht's da lang. Na. Aber wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Tschau. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.